In diesem Video möchte ich euch das passende Zubehör zu euren Sibis Sörch Rutschfahrzeug vorstellen. Das ist nämlich die Sörch Lorette, so heißt das Gutsstück. Das ist ein Anhänger und das passt ideal vom Design her zu den Rutschfahrzeugen. Das heißt, ihr seht, von den Formen ist es genau ähnlich. Klare Struktur und klare Linienführung. Erinnert ein bisschen an diesen trendigen, ja ich nenne es mal eierförmigen Wohnanhänger für den Trabant, den es damals in der DDR-Zeit gegeben hat. Also ein schönes, kleines, kompaktes Teil. Man kann es dann am Ende aufklappen und ihr seht auch, es ist mit dem selben Holz gearbeitet. Sowohl der Korpus als auch hier wirklich so ein, ja ich nenne es mal Kontrasthölzchen, was wirklich in idealem Kontrast zu der Lenkerfarbe arbeitet und zu den kleinen Radkappen, die das hat. Ansonsten ist wirklich vieles ideal passend. Einmal von der Linienführung in der gesamten Designlinie des Wagens, aber auch weiterhin seht ihr wirklich dieselben Räder. Alles ist ähnlich und alles wird zu einer passenden Harmonie. Wenn man das von oben sieht, dann ist es ein bisschen anders, nämlich der Anhänger ist ein bisschen breiter, aber das ist auch wichtig, denn hier passt ja einiges rein oder soll einiges reinpassen. Und das sieht man dann auch hier. Man klappt das einfach hoch. Es gibt sozusagen Scharniere, die sind hier durch eine durchgehende Achse. Es ist auch sozusagen blind gebaut, man sieht das nicht, es stört nicht. Hier gibt es dann auch ein kleines Holzteil, was hier drin steckt. Das würde dann sozusagen diesen Wagen oder diesen Deckel arretieren. Wir haben das rausgenommen, weil unser Kleiner sich manchmal einfach mehr Öffnungen brauchen, dann kann man das runterziehen. Aber ansonsten ist hier eigentlich noch ein Stückchen drin. Ein Stückchen, das heißt so ein Teil hier für Einlegeböden ist es aus der Holzbau. Ansonsten seht ihr, das ist auch wieder Naturholz. In der Art und Weise, dass das aber geklebt verarbeitet worden ist. Das ist echt Holz, keine Spanplatte. Und ansonsten sieht das echt sehr schön aus. Ihr seht, das ist ein Holzspielzeug. Das ist benutzt und gespielt. Also da gibt es manchmal kleine Unhebenheiten oder kleine Strukturen im Holz, beziehungsweise einen kleinen Patzer. Aber das macht es ja alles sympathisch. Ansonsten haben wir hier hinten den Bereich, wo man reingreifen nochmal kann. Und da haben wir auch nochmal so ein Spielgut-Label drauf. Das heißt, dass es wirklich auch so ein paar Auszeichnungen hat, das ganze Gerät bekommen. Ansonsten ist es schön, dass hier hinten eine Öffnung ist. Und auch beim Zumachen ist eine Öffnung. Somit kann sich eigentlich hier in diesem Bereich niemand einklemmen. Das Einzige, wo sich eingeklemmt werden könnte, ist hier in diesem Bereich an der Seite. Ist also auch schon ein bisschen sicherer gebaut, sozusagen, dass bei der große Hebel zumindest entschärft ist, wenn hier ein Kind wirklich voll draufhauen würde. Ansonsten, der Hänger wird an das Rutschfahrzeug hinten eingehangen. Wir müssen mal ein bisschen ins Licht fahren, damit ihr das seht. So geht das Ganze. Das ist eine Metallachse und die wird hier eingehangen. Und da gibt es nochmal so einen kleinen Kunststoffverbreiterung. sozusagen, damit das nicht einfach rausrutscht, das Ganze. Weil der Hänger leicht ein Ungleichgewicht nach hinten hat. Hier hinten ist er irgendwie etwas schwerer, beziehungsweise er kann so liegen bleiben. Ich mache das Ganze mal ab. Da seht ihr, so wird das rausgemacht. Und dann kann er eben so liegen bleiben, weil irgendwie von dem Schwerpunkt her eben was auf der Hinterachse liegt. Im unteren Bereich sieht das Ganze so aus. Es ist wirklich ganz klar verarbeitet. Ein Metalldeichsel trifft auf Kunststoff und Holz. Also hier kann auch nichts kaputt gehen. Das ist schon mal wirklich eine Sache, die ich finde sehr solide ist. Ansonsten kann das unser kleiner perfekt einhängen. Also das funktioniert, das kriegen die Kinder hin. Und dann geht das auch. Und dann fährt ihr eben hier Sachen durch die Gegend mit diesem Sibis Lorette Hänger. Ich muss sagen, das Ideale ist, wenn ihr das im Set direkt kauft, gebraucht oder neu. Neu könnt ihr es bei Amazon zum Beispiel kaufen. Da mache ich euch einen Klick da drunter. Aber ansonsten ist das wirklich schönes Teil. Sieht echt edel aus. Und es macht was her. Und somit hat man irgendwas, was die Großeltern schenken können. Ihr seht, unser ist schon ganz schön benutzt. Da kann man aber was machen. Hier könnt ihr einfach mal drüber gehen mit Schleifpapier. Das könnt ihr abschleifen und wieder neu einölen oder lackieren. Und dann ist es wieder toll. Das ist eben das Schöne an Holz. Dass man mit Holzpflege hier einiges wieder schöner aussehend machen kann. Und dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Kinder von meinem Sohn eventuell auch irgendwann mal hier drauf fahren können. Das wäre es von diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß bei der ganzen Sache. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Persönlich muss ich sagen, rein vom Design hat sich der Kauf gelohnt. Und es ist eben das ideale und perfekte Ergänzungsset zum Rutschfahrzeug von Zürich. Made in Germany. Hergestellt in Süddeutschland. Was will man mehr? Ich finde es schön, ein deutsches Produkt zu kaufen. Das steht für Qualität und das merkt man auch hier. Das ist echt solide. Geht nichts kaputt. Und das Beides ist jetzt hier schon. Wir haben es auch gebraucht gekauft. Neun Jahre alt. Und ihr seht, wie es aussieht. Perfekt. Kann man wirklich machen. Kann man auch gebraucht ohne Probleme kaufen. Das wäre es in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Link zu diesem Set findet ihr unterhalb des Videos. Macht's gut. Tschüss.